Das gibt ein ganz anderes Gefühl von Vertrautheit und Privatsphäre. Wenn ich es vorher immer ein bisschen merkwürdig fand, eine E-Mail zu verschlüsseln und mir merkwürdig vorkam, war es danach plötzlich andersrum, dass es mir irgendwie sehr merkwürdig vorkam, eine E-Mail unverschlüsselt zu senden. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!